Was dachte sie denn, was passiert, Digger? Aufmachen, die Polizei ist da. Machen Sie sofort die Tür auf. Ach du Scheiße. Unusual Meme Compilation hat der liebe Karo Maro rausgesucht. Auch durchgeschaut, also alles clean, wir können das gucken. Ey, Junge, seid mal wirklich ehrlich, Digger. Soll ich mir nicht einfach die ganzen Haare abrasieren? Soll ich nicht einfach mit dem Rasierer einfach komplett alles abschnachend, Digger, auf alles 6mm Basis, ehrlich, ey. Ist eh Corona, Bruder, ist eh keine Party. Scheißegal, oder nicht? So, Unusual Meme Compilation Version 82. Bewertung ist geisteskrank. Wir schauen rein. Wir machen daraus eine Try Not To Laugh Challenge. Also, wir dürfen nicht lachen. Wer lacht, verliert, Abfahrt. So, my sister put too much pepper on her egg and talk a vacuum would solve the problem. Also ein... Ein fucking Staubsauger soll das Problem lösen. Willst du mich verarschen? Ich weiß doch genau, was pass... Jungs, ich weiß doch genau, was passieren wird. Ich weiß doch genau, was passieren wird, Bruder. Die wird das ganze Ei aufsaugen. Ja, wow, Alter. Was hat sie denn erwartet? Was passiert, Digger? Dachte sie, die Pfefferkörner würden einfach... Was dachte sie denn? Was passiert, Digger? Also. Oh, Bruder, F in den Chat, Alter. Boah, Junge, die sch*** Katze, ey. Ist das ein MacBook? Ja, das ist doch ein MacBook, ne? Oh. Das ist doch wieder so eine dumme Idee. Weißt du, ich sehe das und ich weiß ganz genau, was passieren wird. Ja, das ist doch... Es war doch klar, dass das passiert, Digger. Oder wenn du zu viel Arbeit auf der Langeweile hast, ey. Oh, das ist doch so eine dumme Idee. Hello little mosquitos Little mosquitos Little mosquitos My phone won't focus Oh Oh my Bada Bada que te quiero Zeus 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 Aufmachen die Polizei ist da Machen sie sofort die Tür auf Die Polizei ist da Die 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 Was ist das wirklich? Was ist das? Ja, gg. Ey, Bruder, das ist ja, äh, das ist ja die Taube von gestern. Level 65. Oh, voll süß. Jungs, ey, müssen noch mal gucken, ey, müssen echt noch mal gucken, ey, guck mal. Sie küsst ihre Katze. Und die Katze gießt einfach zu reich. Okay, 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 what are we doing today? Um, I'm gonna sing for y'all. You gonna sing, Yasmin? Some emotion? I get very nervous. Oh, okay, okay, okay. I respect you. Okay. E-boop. Das ist ungefähr wie bei mir, auch genau wie bei mir zu Hause. Man müsste eigentlich das Meme neu machen. Kevin. Und hier Elina. Eins zu eins. Sing no difference. Thank you, thank you. Elf in den Chat, Bruder, für 10 Stunden Arbeit. Hold on, guys. Bruder, voll in Ray Mysterio 619-Move gemacht, Alter. Just trying to play Call of Duty. By the way, I've never streamed like that. Ich schwöre. Ich schwöre, wer auch immer USB erfunden hat, muss ein Dämon gewesen sein, der das USB-Anschlusskabel verflucht hat. Denn jedes Mal, wenn ich es anstecken möchte, geht es nicht, dann drehe ich es um, es geht schon wieder nicht. Und dann drehe ich es wieder um und es geht. Das ist eine Frage, die ich noch, Bruder, das ist ein Fall für Galileo Mystery, die müssten das mal untersuchen, warum das so ist. Das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja bei allen Leuten auf der Welt. Ich versuche einen USB-Kabel anschließen und es geht nicht. Ich habe never, in my 23 years of teaching, seen such disrespect, Bruce, I am sorry, on behalf of... I played my favorite song for my mother. Direkt kommt der Schlappen, Digga. Was macht der da? Was macht der? Das ist so ein geiler Lifehack, Alter. Ja, was für eine geile Compilation, Digga, ehrlich. Dankeschön, Dankeschön, Karo Mario. Nicht bitte, Blas. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Ghana. Ich zieh am Tanga, ja, die Kleine hat was. Sie ist der 10 von der 10, das ist Standard. Sie ist eingebildet und ich mag das. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Ghana. Ich zieh am Tanga, ja, die Kleine hat was.